Vielen Dank für's Zuschauen! Ich glaube, da oben fehlt noch eine Wand und da fehlen noch ein paar Steine. Okay. Und hier unten sind aber irgendwie diese Fenster nicht gesetzt. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Lassen wir gerade nochmal das Fenster aussuchen. Und dann setzen wir mal hier gerade zwei neu, um zu gucken, ob das dann nachher was wird. Ja, okay. Händler ist da. Und hier sind ganz viele Sachen drin, die überhaupt noch nicht weggeholt worden sind. Naja. Äh, was haben wir denn noch so... Wir können mal gucken, was mit Essen ist. Brote 6, Äpfel 16, Viren 10. Und so, ein paar Achte sind jetzt gerade vom Händlerglaub gekommen. Und naja, so ein bisschen haben wir anders auch noch da irgendwo. Der Händler ist schon fertig. Okay, dann geht der. War das nicht so viel. Dann können wir mal nach ganz unten gucken, wo wir da noch was haben. Und wo noch irgendwelches Skittier hier rumläuft. Okay, hier ist schon einiges entdeckt, aber noch nicht alles. Okay. Der entdeckt noch hier. Geht jetzt aber wahrscheinlich wieder hoch. Oder? Ah, hier wird jetzt gekämpft, oder was? Ja. Da wird auch unterstützt. Das sind, glaube ich, schon zwei. Okay. War doch nur ein Held. Ich dachte, das wären zwei. Ach doch, das war dieser Wookie da, oder was? Hier rechts ist noch ein Stone Golem. Okay. Ja. Sonst auch hier unten ist er. Und der kämpft gerade gegen einen Steintroll und einen Feuerkopf. Und hat da noch einen... Keine Ahnung. Oh. Ein Ogre. Okay. Aber der ist ganz schnell platt. Sehr interessant. Maske des Biestes. Ja. Und der geht jetzt wieder weg. Treppe ist hier irgendwo, ne? Ja, weg ist er. Und der nächste kommt schon hier und hat einen Steingohlem. Kämpft dagegen. Die Zahlen sind schon hart, aber... So wie es aussieht, sind unsere Helden gewappnet, ne? Sechse sind nur da. Und hier ist die Treppe. Alles klar. Da ist noch eine Brustplatte. Korblinat. Breast Plate. Okay. Okay, der hält jetzt runter. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo er noch hingeht. Wahrscheinlich ganz nach unten. Da taucht er auf und gucken, wo er hingeht. Wo er kämpft. Er geht nach oben rechts. Und bleibt stehen und tut nichts. Hier gibt's aber noch was. Ah, geht aber nicht rein. Ah, da ist nix. Hier ist vielleicht was, aber da will er nicht hin. Geht er schon wieder hoch. Auch schön. Ach, hier ist auch noch was zu entdecken. Das heißt, wir haben zwei Etagen aufgemacht. Okay. Sneakerblade. Das war wohl ein Feuerkopf, ne? Aber er macht ihn mal gerade eben so weg. Nicht schlecht, ne? Okay, hier gibt's halt auch noch was zu entdecken dann. Aber er mag jetzt nix mehr machen, oder? Vielleicht doch. Na, hier ist die Treppe nach oben irgendwo. Ja, ist er auch hochgegangen dann. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Das ist noch die Frage. Können wir gerade oben gucken, ob das hier geklappt hat? Ja, das sieht hier so aus, als ob alles fertig ist. Alle Türen sind drin. Hier sind noch zwei Scarfalls, die wir definitiv destroyen können. Ach, macht den auch kaputt. Ah, hier fehlt noch ein Stein oben drauf. Oder wie sehe ich das? Wenn's denn sein muss. Weil ein Raum ging da ja nicht mehr hin wohl, ne? Das ist der Flur, sozusagen. Ja. Können wir mal gerade weiter bestücken, ne? So mit Betten und sowas, oder? Was machen denn die Fenster? Die sind nicht reingekommen bis jetzt, okay. So. Äh. Da sind zwei Schränke. Da ist immer einer zu viel. Keine Ahnung warum. So, mal gucken. Das hat schon geklappt. Da welche hin. Da welche hin. Und da auch. So, das passt schon. Hier ist genug, ja. Hier müssen wir drehen. Und hier könnten wir, oh, da müssen wir vielleicht, ne, wir sind schon auf der passenden Etage. Machen wir da ein Doppelbett hin. So, wir haben die Shift-Taste nicht gedrückt. So. Und dann haben wir die auch. Machen wir gerade hier weiter. Da oben sind schon die ersten Betten gekommen. Aber hier fehlen noch zwei. Die Zimmer sind anders angeordnet. Ja, das war's. Shift-Taste nicht gedrückt beim Drücken. Aber passt schon. Hier muss auf jeden Fall, ah, da ist noch ein Zimmer, was so rumliegt. Okay, dann haben wir das auch. Und die sind alle fertig. Gut, Betten haben wir erledigt. Jetzt können wir noch Schränke daneben stellen. Schränke müssen dann einmal dahin. Dahin. Zweimal drehen und dahin. Und dann drehen wir einmal so. Und dann müssen wir erst hier unten machen. Da noch, da noch. Dort noch. Machen wir da noch einen zweiten hin. Da. Da brauchen wir nicht, weil da ist schon. Und jetzt hier noch. Das passt. Da fehlt das Bett sogar noch. Aber die kommen gerade mit Betten. Das haben wir auch. Ja, da ist schon erledigt. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann brauchen wir hiervon nix mehr, oder? Dann brauchen wir Deko und eine Kerze als erstes, denke ich mal. Da, ah, Shift hast du nicht gedrückt. Sollten wir tun. Hier ist noch gar nichts in den Zimmern gemacht. Türen verschlossen, oder was? Das ist erledigt, diese vier Zimmer. Da geht's dann weiter. Da sind schon drei. Da müssen noch drei. Da kommt einer hin. Und dann machen wir da noch einen hin. Dann haben wir das mit dem Licht erledigt. Und dann Dekoration für drinnen, aber... Ne, war richtig hier, ne? Wo finde ich denn das? Das ist doch Außendekoration. Dann ist das doch noch woanders, oder was? Ne, jetzt passt was nicht. Ist das bei den Kerzen, ne? Die Kisten und Blumen, genau. Okay. So, die Blume steht rechts. So, das ist so richtig. Das auch. Hier ist rechts dann da. Das ist dann da. Ja, das haben wir gleich soweit. Hier machen wir zwei Blumen hin, oder? Ja, machen wir so. Aber hier haben wir noch nicht. Und dann haben wir sie alle. Dann brauchen wir die Kiste. Die Kiste ist hier oben. Die zeigt als erstes Innenraum. Also machen wir erst diese Seite. Ach, die Tür ist hier anders, aber der Raum ist gleich. Okay. Da machen wir zwei hin. Da haben wir schon, naja. Okay. Das haben wir. Dann müssen wir hier noch drehen. Das ist richtig rum. Und da auch. Und dann drehen wir hier noch zweimal. Dann passt das auch. Und jetzt müssen wir noch hier die Kisten stellen. So, noch zweimal drehen. Da kommt eine hin. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gemacht. Aber das war die Blumen, ne? Und ich bin jetzt mit den Kisten unterwegs, ne? Ja, ich glaube schon. Hier hat man, naja. Und dann hier noch. So, das ist dann, glaube ich, durch, ne? Ja, sieht so aus. Gut, dann haben die da auch was zu tun. Fenster hier unten sind immer noch nicht gemacht. Keine Ahnung, warum nicht. Äh. Ja, hier. Was machen wir hier, ne? Da fiel mir eben so ein, dass man da vielleicht einen Tisch hin machen könnte, oder? So. Und an dem Tisch machen wir mal vier Hocker. Sieht schön aus. Ist jetzt nichts Besonderes, aber... Ja. Eine Wand brauchen wir noch, weil ich mache dann diese Säule gerade fertig. Und macht man es dazu sogar? Vielleicht machen wir es dazu sogar. Passt. Gut. Das Zimmerchen ist schon komplett fertig. Und das auch, obwohl komplett ist die nächste Frage. Da fehlen noch ein paar Dinge. Aber da leuchtet schon mal Licht. Hier sind auch Kerzen. Ne, ist eine Kerze dran. Okay. Da kommt schon jetzt der Stein hierfür. Okay, es wurde oben drauf gebaut. Dann fehlt noch der. Und dann müssen wir gleich noch gucken. Ist noch aktuell. Weil, dass der da fertig ist, dass wir da noch einen draufpacken können. Oh, wir haben neue Helden bekommen. Ne, neue Dinge. Aber ein Held ist einer gestorben. Okay. Aber neue Mitbewohner. Okay. Nochmal zwei neue. Passt schon. Da kommt der zweite Stein. Dann kann ich den nächsten setzen. Das ist doch cool. Okay, der muss jetzt da drauf. Passt, ne? Ja. Ich denke mal, wir können... Da ist dann zu. Also einer geht noch. Jetzt warten wir mal den Stein auch noch ab, bis der da ist. Sieht aber hier alles so ganz weit gut aus, ne? Oder? Blumen sind überall. Ja. Kisten auch. Hier sind sie zwei nebeneinander. Da haben wir kein Licht gemacht. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein größerer Raum wie der, ne? Oder? Muss man dann gucken. Da kommt der Stein. Nein. Gut. Jetzt die Frage, in der Hoffnung, dass er da hinkommt. Tut er auch. Das ist super. So. Dann ist das erledigt. Können die das weiterbauen. Da ist eine Kerze hingekommen. Da auch schon. So sieht's gut aus, ne? Gut. Dann würde ich aber auch sagen, soll's für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Über ein Abo, wenn ihr mir das noch nicht gegeben habt. Das wäre ich da ganz froh drüber, wenn er das macht. Und einen Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Würde ich mich auch drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.